ja hallo leute thema mission die predator mission lässt sich nicht beenden ihr seht ja hier dass jeder dschungel bewegt sich bei mir schon abgeschlossen ist ich lasse wir das jetzt einfach mal neu zuteilen und dann schauen wir mal ob sich die tatsächlich nicht abwählen lässt ok ok alles klar dann muss ich doch wieder hier raus dann wenn wir halt so machen auf ein neues caimanes einsätze so alles klar gut was nehme ich in der stelle im wurschaum aber bot botbrötchen botbrötchen hier die karre daneben los geht's ich setze mit gas und Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, die Ische schnell befragen. Geht's Ihnen gut? Ich weiß es nicht. Es hat Sie getötet. Es hat alle getötet. Es? Sie meinen eher. Nein. Es. La Jungla. Der Dschungel in Caimanes. Er wurde lebendig. Griff um sich und zog sie ins Infierno. Und wie sind Sie entkommen? Bin ich nicht. Es hat mich verschont. Ein Monstru hat gespürt, dass ich harmlos bin. Wirklich? Alles klar. Gut. Gut. So. Ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich untersuche jetzt die drei Bereiche. beam ich dann mal schnell auf die andere, auf die westliche Seite der Karte und schaue, was dann passiert und ob ich sie dann danach abwählen kann. und schaue, was dann passiert. Also, dann prüfen wir das hier mal. Was ist mit denen passiert? Ich habe ja schon wirklich übel im Kartell Scheiß gesehen, aber das... Sicher mit dem Kartell? Na, wer sonst? Gut. Dann auf zum Nächsten. Dann auf zum Nächsten. Vielen Dank. Mein Gott, seht ihr Jungs das? Das war keine Machete. Zu klinisch, zu sauber. So, dann wollen wir noch das Raumschiff untersuchen. So, dann wollen wir noch das Raumschiff. So, dann wollen wir noch das Raumschiff. Äh, Leute, was zum Teufel sehe ich hier? Das ist... Ist das echt? Inwiefern? Wenn ich das wüsste! Also gut, dann gehen wir halt dann zum Letzten. Da braucht man ja eigentlich immer bloß den Grünen hier folgen, den Blut von Predator, wo man da hinkommt. Ich sehe... Irgendwas. Wie ist die Konsistenz? Soll ich das etwa anfassen? Sieht fast so aus wie... Monsterzeigen? Egal, womit wir es zu tun haben. Jetzt wissen wir, es kann bluten. Und wie es blutet? Wir können es töten. Wir können es töten. Ja, wir müssen es... Und wo es los geht? Sehr gut. Yeah. Okay. Okay. So, und hier müsste eigentlich der Typ stehen. So, und hier ist es. So, und hier ist es. So, und hier ist es. So, und jetzt habe ich mir einfach entschlossen, das Ding hier nicht mehr zu spielen. Ich mache das hier jetzt mal weg und verziehe mich dann hier aus diesem Bereich wieder. Ist das echt? Nein, nein, das ist unecht. So, und hier ist es. So, und hier ist es. So, das war das Resultat davon, dass ich jetzt weggerannt bin. Jetzt schauen wir mal, was passiert. So. So, eigentlich nichts mehr im Prinzip, weil ich das nicht will. So, und ich, wo gehe ich jetzt hier? Eigentlich Kissen drauf, ne? Also, jetzt bin ich hier wieder in Itago. So. So, es steht zwar hier da, Einsatz wiederholen. Aber es steht auch da, untersuchen Sie das weiter, ne? Im Moment wäre ich davon eigentlich nicht genervt und so beende ich das halt einfach und dann brauche ich das auch gar nicht mehr weiterspielen. In dem Moment, wo ich das wieder aktiviere, so, müsste ich es ja dann weitermachen, ne? Jetzt kommt auch die Meldung und untersuchen Sie das weiter. Also, dann erneut wieder da hingehen, ne? Abwählen. So. Ich kann dann mal stehen bleiben, wie ich es will. So lange, bis ich mich dazu entschließe, die Mission komplett zu kompletieren. Die Jungs habt die beiden gefährlichsten... Das war's eigentlich. Das geht schon. So. Ich hoffe, ich habe die Frage ein bisschen beantworten können mit der Mission beenden. Jetzt könnte ich mal höchstens noch eines probieren, dass ich schnell in einen anderen Spielstand reingehe, mich rein teleportiere und dann wieder zurückkomme in das Spiel und dann schaue, was passiert. Das machen wir jetzt halt noch. Moment. Bin gleich wieder zurück. Kurz zur Übersicht. Ich bin jetzt in einem anderen Spielstand und man sieht ja hier, dass ich noch gar nicht in Kai Manes war. So. Und jetzt machen wir das Gleiche wieder. Den Sprung zurück. Mal schauen, was passiert. Bis gleich. So. Ich bin wieder zurück in meinem alten Spielstand. Ja, wie er gesagt hat, Kai Manes. Da ich aber jetzt den Bereich verlassen habe, muss ich mal nochmal anschauen. So. Den könnte ich mir jetzt wieder erneut zuteilen lassen. Ja. Ansonsten müsst ihr eigentlich dann immer irgendwie beim Aktivieren oder bei der letzten Mission um den Betreter selber, dann immer wieder dort entstehen. Der Dschungel bewegt sich. Untersuchen Sie das Gebiet weiter. Oder töten Sie den Betreter. Das ist aber hier nicht, weil ich ja die Mission schon mal abgeschlossen habe. Gut. Aber ich habe das ja vorhin schon gezeigt, dass das auch so funktioniert. Alles klar. Das war es eigentlich im Prinzip dazu. Im Großen und Ganzen. Also. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen helfen können. Oder ich habe das gut erklären können, damit man sieht, dass das auch tatsächlich beendet ist. Alles klar. Bis die Tage. Ciao, ciao.